wenn ich mir nicht irre sind 160 geplant pelz wahrscheinlich das wäre ja auf jeden fall schon mal cool sind nicht so viele wie man glaube ich hier mit rausholen könnte aber ich meine pvp kommt ja auch erst mit der zeit wenn jetzt erstmal für den moment 160 geplant sind ist es schon mal richtig cool weil es dann zum einen mehr gibt und zum anderen könnte man dann ja auch immer noch mit zukünftigen patches wenn man das wollte oder wenn das sich lohnt für die hersteller wobei ich glaube die sind echt ein bisschen überrannt worden könnte man das auch später noch nach nachträglich einfügen denke ich mal die zukunft zu zukunft ja genau also aber 160 ist natürlich auch schon mal nice vor allem wenn es bei den 160 oder den naja folgenden knapp 50 wenn es dann da vielleicht auch noch b-varianten gibt sind sie auch noch nicht viele und die karte ist auch wirklich groß also ich habe nicht gedacht dass es so groß ist aber man hat halt nichts gesehen zu beginn und es kann mir aber auch kleiner vor so irgendwie optisch wirkt es für mich nicht so als wäre es so viel strecke die man zurücklegt aber das ist echt viel und ich habe immer noch nicht nicht also viele bereiche nicht aufgedeckt hier oben gibt es auch noch was das habe ich mit meinem zweit mit meiner zweiten welt so ein bisschen erkundet glaube ich da war es aber auch schon ziemlich stark also hier geht es auch noch irgendwie lang ich weiß nicht wie weit es hier noch geht ob es hier unten noch irgendwas gibt also ich glaube man kann noch richtig viel hier erkunden und ich bin bin ja erst 31 und ich spiele echt schon stunden lang also voll die niedliche begrüßung setzt vor der welpenschutz wurde sein ja ja noch ein bisschen durch den wind nach diesen ganzen support den wir gefunden hatten das ja da bin ich immer noch ein bisschen selbst gehypt ich bin noch in meinem eigenen hype train glaube ich so ich weiß auch nicht mehr warum wir hergegangen sind außer um nach den eiern zu schauen sehr kalt das dauert noch eine dreiviertel stunde das dauert noch 25 minuten ist beides lange wir schlafen mal ganz kurz so dann ist es hier wieder ein klein bisschen wärmer die zucht hat mir angestellt da müsste ja eigentlich auch schon wieder ein eichen rausgekommen sein warum habe ich mir nicht mal das dach zu ende gebaut ich bin auch bescheuert ich habe so viel holz und habe es noch nicht geschafft das dach zu machen aber das klappt nicht mit der zucht weil er da unten ist ne ich hoffe die fangen jetzt nicht gleich wieder von vorne an mit ihrem liebesspiel nicht weglaufen er hat hunger jetzt ne oder hat er ist bestimmt was ich sehe nicht dass sich der balken bewegt hat er von mir so bitteschön du gehst da hinten zu deinem neuen freund ihr passt nämlich richtig gut zusammen zwar nicht größentechnisch aber gegensätze und so ja okay aber wenigstens geht es da weiter wo sie aufgehört haben bei zwei drittel etwa dann müsste da ja auch gleich wieder ein was macht er denn arbeitet aber er ist doch jetzt oder ja der ist sich doch da jetzt hoffentlich nur satt und geht da wieder hin ja sehr schön so wenn wir das sehen und hoffentlich geht er nicht wieder nach irgendwo anders sind der ist einfach glaube ich so groß dass der ganz schnell mal irgendwie darunter flutscht so stimmt ich wollte eier holen um die drüben in die brutmaschine zu setzen das war der ursprüngliche plan lass mich darüber genau damit wir hier noch die brutmaschine nutzen können so oder packen wir mal das da rein sehr angenehm das dauert trotzdem zehn minuten ist das ein größeres sonst wenn die sehr angenehm sind dauern jedoch nur fünf minuten ok du kommst her bitte so machen bitte eisen für mich ich brauche mehr eisen 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 hör auf das normale holz zu machen sei artig und mach erz da brauchen wir nämlich sehr viel von vor wir haben gar kein erz mehr wir haben hier so viel erz und die bauen das gar nicht ab oder die bauen die falschen sachen reile kriegen wir ja auch wer gräbt den pfeiler aus zugestimmt ne ok erst mal ein paar sachen ab das hat zum beispiel das kann hier noch hin so ich wollte auch eins davon bauen oder normaler zu bauen wir brauchten hier ja auf jeden fall wir bauen noch eine kiste neben unser gingster bums dass wir wenn wir mal sterben hier zu nah an einem speziellen boss oder bauwerk warum kann ich das da nicht dran bauen kann ich das davor bauen auch nicht aber ich wollte es ja extra nah damit wir da schnell dran kommen können ich hab das doch gerade genau gesehen um dann da schnell unsere hitze schutzrüstung auszuholen dann legen wir die einfache hier rein für den fall dass wir mal sterben genau diese und können dann hier es überhaupt aushalten denn das ist ja hier noch ein gebiet wo wir ohne rüstung aufgeschwissen sind es sei denn wir hätten einen perl der da nützlich ist der da wirklich nützlich für uns ist und uns vielleicht irgendwie runter kühlt oder so und er ist depressiv dafür habe ich keine medizin das sieht so gruselig aus wenn er halt einfach weg ist aber ich finde es gut dass er sich jetzt wenigstens mal hier rein legt vorhin wollten wir ihn ja da rein zwingen da hat er keinen bock zu gehabt aber ich bin froh dass er da reinpasst denn eigentlich es ist vielleicht ein bisschen klein für ihn so ich wollte hier noch gucken ob sie wir nicht schon genau so ein fließband dings da brauchen wir noch metall war richtig viele metall bauen ich weiß halt nicht ob es sich mehr lohnt wenn wir jetzt diese hier ob wir die bauen oder lieber gleich das also so einer wäre im anderen lager aber da haben wir natürlich tendenziell viel zu wenig metall metall eben nicht um das teil selbst zu bauen sondern um dann die pelzsphären zu bauen warte mal was steht denn hier dabei eine werkstatt zur fertigung von pelzphären mit denen sich pelz fangen lassen bietet noch wenig platz und die fertigung läuft nicht besonders schnell für die arbeit benötigt man pelz die handwerk beherrschen dann ja dann ist das die bessere variante davon dann würde ich sagen warten wir tatsächlich und bauen nicht das hier hin sondern warten auf das sparen die metall waren dafür und bauen die dann ich hoffe die ist nicht so groß den müssen wir auch noch bauen da brauchen wir auch noch metall waren für ich will aber auch unbedingt diese lampe bauen das wollte ich auch machen und wir brauchen hier offenbar bei diesen spezialisten wie ihm hier auch so eine medizin werkbank ja dass wir da stellen können damit wir solche spezialisten eben auch behandeln können mittelalterlich fünf nägel ja die könnten wir eigentlich auch noch mal hin bauen ich weiß zwar nicht ob wir die wirklich naja brauchen sozusagen weil ja da drüben in meiner lage eine haben wir können dann einfach überreisen aber das ist schon ein bisschen umständlich wenn wir immer hin und her müssen und so viel braucht sie jetzt nicht immer die brauchen nägel und nägel brauchen metall aber ich glaube das macht schon mehr sinn was brauchen wir denn der hat hat der hat ist depressiv und der andere ist ausgehungert und schwer verletzt wo ist der denn schon wieder was macht er denn die sind doch bestimmt irgendwo schon wieder baggy ich habe das extra versucht so zu bauen dass wir nicht so baggy sind mit diesen piechern und die kriegen das trotzdem hin irgendwo fest zu stacken zu verhungern sich zu verletzen oh man vor allem ist er halt verletzt vor hunger wahrscheinlich weil einfach runter schickt weil er nichts ist weil er irgendwo hängt und nichts essen kann so warte mal was macht das denn hier jetzt sagt ein trank der die stimmung erheblich verbessert nach dem konsum erhöht sich das arbeitstempo für eine gewisse zeit signifikant allerdings sinkt auch die geistige gesundheit signifikant okay ach dafür brauchen wir hübsche blumen die haben wir schon mal gefunden und ich habe mich schon gefragt wofür man die braucht aber ich habe natürlich auch sonst noch nicht an diese werkbank ganz am anfang vielleicht mal aber ich habe mir die sache nicht angeschaut dubioser saft ein trank der die stimmung verbessert nach dem konsum erhöht sich das arbeitstempo für die nein für eine gewisse zeit beträchtlich allerdings okay das ist arbeitstempo und das ist auch arbeitstempo beträchtlich und signifikant also das ist ein bisschen viel arbeitstempo besser und das ist viel arbeitstempo besser mein deutsch ne ihr wisst schon bescheid okay also das ist sozusagen nur ein push damit die irgendwie leistungsfähiger sind aber sie machen sich damit auch kaputt also werde ich das wahrscheinlich nicht einsetzen ich habe im moment halt nicht das gefühl dass sie zu langsam arbeiten für irgendwas außer dass hier die falschen sachen arbeiten aber wenn sie schnell die falschen sachen arbeiten habe ich auch nicht mehr jetzt also ja starke medizin das ist depressiv oder erschöpft das ist genau das was wir brauchen da brauchen wir metallbarren was ist das für eine medizin da musst du knochen rein reiben hohen verstehe ich ja noch ein bisschen so ne hier irgendwie ritualmäßig aber metallbarren ich mach doch die spritze nicht aus fünf metallbarren also wenn ich da ein bisschen metall war dann vielleicht für die nadel vorne aber die medizin haben wir drüben magengeschwür und knochenbruch und das ist erkältung huiui und verstauchung oh verzeihung aber das haben wir nicht so machen wir zu viel also brauchen wir grundsätzlich das andere mhm enormes viel vielen dank dass du schon wieder ein abo verschenkst vielen dank dafür so dann gucken wir doch mal wie es mit den metallbarren aussieht die hier sind okay dann können wir dann nochmal leider nur sieben muss doch sie alles selber machen ne die arbeiten die halt einfach nicht so dann fangen wir nochmal an die räumen das halt nicht mal weg die sind alle zu faul das müssten wir eigentlich herstellen damit wir hier das lager verbessern können weiß ich gar nicht mehr was wir herstellen müssen ich glaube dieses fließband war eins davon und wir brauchten glaube ich noch irgendwas damit unser lager besser wird sorry da könnten wir ja auch nochmal gucken also ich meine für fließband brauchen wir 100 metallbarren das wird noch eine ganze weile dauern wobei wir ja jetzt hier einen echt guten spot haben wo es wenigstens schon mal eine ganze menge von diesen gibt wenn wir die einfach mal selber abbauen und nicht darauf warten dass unsere mistviecher mal was tun mistviecher meine ich nicht so ne wisst ihr ja ja aber dann würden wir glaube ich ganz schön schnell auf unsere kation kommen wollte ich gerade sagen auf unsere summe kommen die wir an metall brauchen ich pack das mal hier rein ne das erz 50 stück wir brauchen 2 erz für einen metall waren das heißt wir brauchen 200 erze wir haben jetzt gerade 50 gesammelt wir haben jetzt gerade 50 gesammelt hier ein habe ich die nicht repariert ich habe die nicht repariert ich habe gedacht das ist cooler wenn ich die nicht reparieren wenn ich mit weniger metall reparieren kann wenn ich noch ein bisschen warte der kuchen darf nicht schlecht werden ja das war ober klug jetzt ist sie ganz kaputt und jetzt brauchen wir wie viel zum reparieren sechs vorher brauchten wir obwohl wir brauchen zwei metall waren brauchten wir auch zwei ja ne oder einen nur könnten wir gleich mal testen ich brauche mal den rest ab äh was ist das für asiatische zeichen da steht wahrscheinlich dass es irgendwie zu heiß ist oder zu kalt aber warum stehen da asiatische zeichen das ist neu das habe ich ich habe das wo habe ich das gesehen über xbox glaube ich über die also über die game pass also am pc aber über die game pass variante habe ich das gesehen da habe ich das gesehen bei dem anderen mitspieler ähm wenn ich da gerade erst in die nähe kam da wurde manchmal mit asiatischen zeichen irgendwie der name oder die gilde oder irgend sowas angezeigt aber hier über steam ist es tatsächlich noch gar nicht gesehen dass da asiatische zeichen ist wobei ich hier ja auch immer alleine spiele also vielleicht würde es hier bei anderen spielern auch so angezeigt werden das kann ich nicht sagen aber bei den eiern stand das bisher jedenfalls immer richtig in deutsch und nicht mit diesen zeichen aber finde ich lustig sagt mir zwar nicht ob es zu warm oder zu kalt ist weil ich es nicht lesen kann aber ich konnte es mir ja denken in die eine oder andere Richtung es wird hier wahrscheinlich zu warm sein weil es hier einfach super heiß ist kann ich so irgendwo sehen wie lebendig meine Axt noch ist ich sehe das nur im Inventar oder es wäre halt ganz cool wenn ich das unten rechts da wo wir ja die Waffe halt auch haben wenn ich da unten rechts so ein bisschen angezeigt bekäme wie heile die noch ist das wäre schon nice okay wir kriegen doch echt viel Eisen zusammen ich will mal ganz kurz gucken wie viel das Reparieren jetzt kostet und dann brüten wir einmal eben das Ei aus ein okay ein Metallbarn dann versauen wir uns wahrscheinlich den den günstigeren äh die günstigere Reparatur toll etwas heiß jetzt steht sie auf Deutsch da also sehr heiß eigentlich ähm ja wenn wir es kurz vorher repariert hätten hätten wir wahrscheinlich ein Metallbarn gespart andersrum wenn wir es früh reparieren bezahlen wir ein und dann können wir es mehrfach reparieren obwohl wir es mit zwei neu bauen können also äh nein wird so nicht perfekt leider achso du meinst ähm zu meiner Frage mit der mit der Haltbarkeit quasi der Waffe oder der Axt oder Spitzhacke in dem Fall ja das ist ein bisschen schade ich meine man kann es immer hinsehen im Inventar aber wenn es halt da unten rechts angezeigt werden würde wäre natürlich noch ein bisschen cooler oder in dem Moment hier wo man da arbeitet so ähnlich wie die Ausdauer dass das dann da oder so ähnlich wie mit dem Gewicht weiß ich nicht ab 50% und weniger Haltbarkeit dann da eingeblendet werden würde das wäre schon ganz cool wir könnten vielleicht hier oben noch den Schwefel mitnehmen ähm gut über die Hälfte haben wir noch ja gibt es hier auch ähm Erz oder kommt hier ausschließlich Schwefel raus also bei den Steinen kommt ja Stein und manchmal auch ähm Album aber das ist so was wir hier ausschließlich Schwefel und Schwefel scheinen sehr sehr schwer zu sein aber ok wie diese Dicken da immer drin sitzen das sieht so lustig aus sie können sich halt einfach nur um die eigene Anze drehen weil sie nicht mehr rein passen aber sie versuchen es ok da unten ist noch mehr Schwefel habe ich gesehen ich will aber einmal hier anstellen ähm oh hier war noch gar keiner von euch ich wollte hier anstellen dass wir das ganze Metall mal noch bauen haben wir hier keine gute Aufteilung der Viecher der da schläft halt gefühlt die ganze Zeit oder stackt irgendwo fest und und die anderen machen halt die haben hier irgendwie vier vier Stück die Steine abbauen aber keiner geht ans Erz das ist halt auch nicht so richtig zielführend also den hier ne ich meine der hat Wasser 3 das ist nice aber der packt halt irgendwie die ganze Zeit irgendwo fest haben wir irgendeinen mit Wasser der besser ist der hat halt Wasser 1 der macht halt noch ein paar andere Sachen aber der hat Wasser auch 1 der hat auch ein paar andere Sachen die habe ich ganz gerne eigentlich eingesetzt tatsächlich sonst aber Wasser 2 der hat halt auch Bergbau 2 aber so einen haben wir ja hier rumlaufen der macht halt auch irgendwie immer nur Steine wer hat denn noch Wasser 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 und der aber auch nur 1 der hat gar kein Wasser der hat doch bestimmt Wasser der hat Wasser 2 und der hat Wasser 1 der hat halt coole Werte hier ne und der hat Wasser 2 und Transport 1 oder Lagern 1 sagen wir so aber wir nehmen mal den ne testen wir mal den ja ja mein shiny piney wie viel haben wir mit Feuer wer von euch kann Feuerfeuer der aber der ist halt besser mit den Feuerdrüsen im Weidebereich der hat Feuer 2 der macht aber glaube ich auch oft Holz das ist eigentlich auch nicht schlecht der macht sehr viel Holz und räumt manchmal was weg und kann Handwerk helfen der hat einfach nur in Anführungszeichen nur ähm Bergbau der hat halt gute Werte hier also gute passive Fähigkeiten aber wäre vielleicht noch gar nicht schlecht wenn wir noch einen mit Feuer hätten ne warte mal wir gucken mal V was wir überhaupt brauchen Waffenbergbank Waren wir nicht schon bei Stufe 12 haben wir nicht da drüben schon eine Waffenbergbank gebaut warte mal ne war so als hätten wir die schon gebaut und als müssten wir ein Fließband bauen nö wir sind einfach nur Stufe 11 ok ok was brauchen wir denn für die Waffenbergbank Nägel unmetallbaren ok wir nehmen mal vielleicht die metallbaren obwohl die die paar können auch hier bleiben eigentlich mhm da euer Ei ist fertig das ist super ein Eisei oh Entschuldigung wollte ich nicht mit mir der Ei geht alle weg ich will euch nicht hochhebe ich will das Ei da das stand da schon ich will das Ei haben das machen wir am besten hier draußen hin eigentlich ne weil überall anders ist es zu warm drin ist es warm drüben ist es noch wärmer das dauert aber noch 13 Minuten und das hier ist fertig was kommt denn da raus das war das ausgebrütete ne das hoffentlich ausgebrütete Reptyro ach das ist der ja der Schildkröten ähnliche ne ei 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 der ist auch cool den haben wir schon vor längerer Zeit mal gesehen als wir das erste mal in dem Feuerbereich rumgeflogen sind wo wir fast gestorben sind um uns den Schnellreisepunkt zu holen ne der war es nicht mhm der war es ja genau Feuererzeugung 3 und Bergbau 3 das ist doch genau der den ich im anderen Lager brauche oder setzen wir den mal da jetzt rein das hier ist das ausgebrütete ne ja etwas warmer das geht schon 6 Minuten das passt das passt doch warte mal in diese Kiste hatten wir die anderen ne wenn das nicht der ausgebrütete gewesen sein sollte wäre es warte mal wäre es der hier nur dass wir uns das merken also ich bin mit dem völlig zufrieden das ist richtig gut also wenn der da raus gekommen ist das ist schon mal richtig nice ähm ja ist richtig nice so oder so ok der dauert auch nur noch 3 Minuten das ist ok vielleicht bauen wir dann aber jetzt direkt mal ähm den neuen den neuen hier rein und wir tauschen den mal gegen gegen den mal kurz ne wo ist der denn hin äh da hat der das automatisch sortiert hier ach so stimmt wir haben den anderen da gerade ähm ja ja wir haben den anderen gerade getauscht gehabt jetzt tauschen wir die Reptüro stämmiger wuchs was macht das was macht das sag mir was das macht oh warte du kannst da bleiben aber Verteidigung plus 20% das ist schon mal gar nicht so schlecht du könntest aber vielleicht äh nicht dahin gehen weil ich will ich da nicht ich bin schon wieder hungrig ich bin schon wieder hungrig lebe ich hier den richter nein den falschen natürlich dann mach du doch mal irgendwas anderes nützliches weiß ich auch nicht irgendwas geh mal weg äh so ich würde gerne dich hochheben wieder warum kann ich die nicht anheben hör doch mal auf Stein zu machen kann ich das irgendwie pausieren die nerven mich die machen alle das was ich nicht brauche ähm warte wir müssen die nochmal raus und rein schmeißen und dann hoffentlich schnell genug sein um ihn abzufangen bevor er warte 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 so und du machst mal bitte hier vorne meine Metalldinger Lagerfeuer bist du blöd? ja nicht das Lagerfeuer du sollst da ich hab die zu dicht nebeneinander gebaut ne du machst mich wahnsinnig 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 zu Brutkasten du bist doch ich soll ich uns denn was weiter weg stellen bin ich in der Nähe muss ich mich dicht da ran stellen können wir bitte da hingehen die die bringen mich zur Weißglut oh man okay dann machen wir kurz ein paar Nägel wir haben ja schon wie viele brauchen wir denn warte mal wir wollten bauen warte ich will da raus ähm wir wollten bauen die Waffenwerkbank Metallwaren brauchen wir dafür noch und Nägel acht stück Nägel acht stück Nägel stück 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 drei können wir gar nicht wow weil hier keiner von euch kackviechern so ich mach das jetzt anders ich baue das hier irgendwo hin wo sonst nichts steht oh das war halt auch richtig genug dass ich das ähm davor baue wir machen das vielleicht ich weiß nicht so obendrauf oder so ich weiß noch nicht ob das eine gute Variante ist aber wenn wir jetzt hier mit den Viechern hochgelaufen kämen keine Ahnung können wir das da einfach hinbauen oder dann schmeißen wir die doch nicht runter oder gucken wir mal ob das versetzen kann man glaube ich nicht man kann nur abreißen und neu bauen also jedenfalls gab es bisher noch keine Versetzungsmöglichkeit ich weiß nicht ob sie das mittlerweile schon in einem Patch es wurde ja glaube ich schon zweimal die Version erhöht und gepatcht den konnten wir hier gerade angeben das sind alles andere würde ich sagen ähm ja 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 aber ich meine neu bauen geht ja auch einfach das ging ja jetzt schnell nicht weglaufen so es war halt auch ein bisschen dumm dass ich zweimal Feuererzeugungen nebeneinander stelle wobei ich sie ja nun extra bewusst auseinander gestellt hatte ja geht doch jetzt tut er auch was er soll machst du doch auch Feuer ran oder achso jetzt muss ich ihm vielleicht nur noch sagen was er machen soll boah ja ganz viele Metallbarren sehr gut sehr gut so guck mal wie schnell der das macht weil der das auf Stufe 3 hat richtig gut so dann können wir nämlich jetzt auch genug Nägel bauen uh das Feuerei warte wir machen erst das Feuerei was kommt da raus wieder so ein Ignis oh habe ich zu früh aufgehört ich bin so doof so ein Foxparks eins was wir nicht so sehr brauchen aber wobei warte wir machen lieber das da rein das ist das vermeintlich vielleicht zweite ausgebuchtete ich glaube das game hört ich du brauchst einen guten Feuerwehr und Schutz zu bekommen ich glaube auch ich habe das jetzt erst gelesen aber ja da das äh ich sollte sowas öfter sagen ähm wenn es hilft mach ich das sag ich das mal so warte mal wie viele Nägel haben wir wie viele Nägel brauchen wir wir haben achso Hunger vor allem äh so ok ähm schon wieder vergessen was ich gesehen habe Metallbarren brauchen wir noch und wir brauchen noch 8 Nägel so jetzt ist hier wieder keiner der mir hilft ne und den habe ich kann das von euch nehmen Handwerk das konnte ja sonst immer mein lukenun apropos lukenun wo ist denn der eigentlich den habe ich der war ja feuererzeugung 3 ne da könnten wir eben auch die beiden hier mit reinsetzen und der hat auch feuererzeugung 3 und polzfällen jetzt packen wir mal zum ragnahawk hier auch ins lager bei der nächsten stufe ähm ja warte mal ich muss ihn mal ein bisschen hochsetzen uiui alles quietscht und knarzt hier das ist stuhl und mikrofon halt also bekommst du irgendwoher schaden ich bekomme schaden wenn ich hungrig bin ich war gerade wieder so ausgehungert dass ich schaden bekommen habe aber davon kann man nicht sterben da bleibt man bei einem hp sozusagen stehen und ähm stirbt nicht also ja schaden habe ich bekommen aber in diesem fall nicht so dramatisch